So, und damit, hallo Leute! Das geht ab und jetzt willkommen zu einem Video Fun. Das ist ein Screed. Valhalla. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, wir sind auch, wie wir gerade so mit dem Weg zu Humboldt, in so einem Dorf, wir haben ein neues Verbündnisereignis angefangen. In den letzten Video haben wir dann das mit Bastian beendet. Stimmt, dann haben wir Folke wieder getroffen, die erste Bratze. Kurz habe ich einen Wolf an meiner Seite. Kurz habe ich einen Wolf. Wahrscheinlich auch... Oh, ich bin so wieder zu weit da. Ja, gut, ich hab das viele mal. Da komme ich wahrscheinlich mal nicht, ja, ich wollte schon sagen, nicht so easy rein. Hätte mich jetzt auch hart gewundert. Oh Gott. Kann ich die Decke einschießen? Obwohl, wahr? Ne. Sieht wohl danach aus, oder? Das wäre jetzt auch viel zu einfach gewesen. Geht's hier irgendwo runter? Oder auch nicht. Oh, hängen wir nicht an so einer dämmigen Kante fest. Jetzt habe ich keinen Wolf mehr. Äh? Kannst du mich verarschen? Ah. Ah. Okay. Dann halt hier. Dann. Dann. Gut, so jetzt ab zum Schatz. Wollen wir mich da überhaupt jetzt angreifen? 180 Wieso nutze ich eigentlich nie das Pferd? Echt einen Schlüssel nachholen? Boah, da unten ist der dumme Hüßel. Er schmeißt den dann bitte schon in den See. Oh, der hängt schon wieder an der dummen Kante fest. Oh, so ein Barren und ne Karte. 3 Schatzkarten mach ich eh nicht. So Pornickel war. Ja, da bin ich mittlerweile genug. Das ist ein dumme Hüßelschwein. So Pornickel war. 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 Das war doch eine Maske. ich denke denn Da. Hm, komm ich denn da so hin? Dann muss ich tauchen. Wer überhaupt tauchen muss. Nö. Spann dich, Wolf, Mann. Ich bin da innen jetzt. Da sind wir in der Tür. Ich bin da innen. Ich bin da, ich bin da. Ah. gut oh ich werde mal aber den kann man das laufen wir so so und dann zu ihm das ist ja nicht so schlau gewesen ein lager ja 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 bloß keine aufmerksamkeit erregen ja 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 Oh, zum. Oh, schuld, das ist beleidigend. Komm nicht voll! Geh dort herum! Das kostet ein Leben! Nein, tut's nicht. Hallo, wieder raus! Ja, okay. Ich wollte eigentlich nur die Truhen haben. das wäre ein bisschen das wäre ein bisschen seltsam ja ich fühle mich schon stärker gut wenn das nicht stärker führt das ist wie du barren wow ne feste wieder unter der erde uhr ausrüstung ja wieder unter der erde den köln äh zu dem auch da oben was hat ja 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 gut und wie komme ich jetzt tiefer da im gang Wie muss ich da herunterkommen? Nein, nicht hier. Irgendwie. Soll ich den Turm hier vielleicht? Ich glaube hier war nicht, dass ich durch den Turm hier nach unten komme. Komm da ja nicht mal rein. Guck mal, war das? Nö, siehst du? Nimm mal das. Nimm mal das. Nimm mal den Durchgang. Da unten. Quelle der tosenden Map. Äh. Ich darf hier nicht erwischt werden. Kloake von Lincolne. Ey, was machst du denn jetzt? Scheiß liegen. Dummsack. Lincolne. 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 Ich hab jemanden! Nein, ich glaube nicht. Ich bin schneller. Hm. Dieb man. Na der Kenne. Ah. 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 Ja, du sollst da nicht rein, du sollst da hoch. Junge. Was ist denn mit dir? Ah, so ne Mauer kommt es aber nicht hoch. Mateur. Das ist ein Campus. Ah. Und wenn du das alles noch passiert. Es ist der Kino. Und wenn du das meine Reise hier in den Kino. Ich sollte mich vermommen. Ja, die Frage ist, wie komme ich jetzt wieder hier hoch? Da dämmlichen Kante hing, Mann. Gut, keine Ahnung, was du jetzt davor hast auf der Seite. Du bist doch eine Fritte, Alter. Du bist doch eine richtige Fritte. Ja. 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 ausrüstung halt warte ich habe einen bogen gekriegt ob der besser ist jetzt sogar besser wo das war im tempo natürlich nicht mehr schaden hat er ich komme jetzt in die büse hier rein so hängst du an der stufe fest was ist denn falsch mit dir alter fahrer wie komme ich in dieser missbude ein wow was ist denn jetzt los so Der macht doch immer irgendwelchen Tünniff. Ehrlich, da kommst du nicht durch. Wohin? Zurück. Meine, ja, nee. Was hat der für einen Bug? Das ist eigentlich irgendwo eine Tür, wo ich nicht durchgekommen bin. Der spannt ja auch irgendwie gar nicht. So. So, jetzt holen wir die auf. Was war das? Ey, Q, ich glaube, dein, äh... ...wein geht's nicht so gut. Würde ich erstmal behaupten. Ich muss mich in den Acht nehmen. Hm, ja, mal reinrennen. Cool, neue Armschienen. Die sehen auf jeden Fall besser aus, als... ...wein geht's nicht an. dann habe ich das set voll ab dann werde ich den wechseln ich habe nicht immer so leute ich muss sagen dann bin ich ja mal hier passen das video schön dass er wieder mit dabei war und drauf hatte die jahre ist denn los mit dem werden dann machst du echt sorgen du hast den tod Du auch. Oh, der hängt schon wieder. Irgendwann damit ich die Kante fest. Dass sie einfach so hoch werfen können. Dass sie wirklich so hoch werfen können. Kein normaler Mensch kann so hoch werfen. Ah, komm mal, wo war denn mit dem Brunnen rein? Gut. Wie gesagt, ganz gut. Dann gehen wir auf das nächste Video. Ja, das war ja nicht mehr. Zudem Heino hier. Fest, die will ich da wahrscheinlich angreifen. Da ist wahrscheinlich die fest von dem Vater. Und da haben wir mal gesehen, was sie gibt. Ähm, ja, wenn ihr Bock habt, dann seid ihr gerne beim nächsten Mal dabei. Wären wir echt gerne mit mich sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch heute auch noch einen schönen Tag. Bis dahin und, schön bitte.